Ab dem 1. März 2014 ist diese hier angebotene 4-Zimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die gut gepflegte Dachgeschosswohnung liegt in Schwerin-Pauls-Stadt. 2002 wurde das Mehrfamilienhaus erbaut. Die Wohnung verfügt über drei Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Einbauküche und einen Keller. Bei einer Wohnfläche von ca. 118 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Dachgeschosswohnung auf 1050 Euro. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren. Untertitelung des ZDF, 2020